2 1 hallo jetzt sind die Konzert zu haben wie die L17 Hofparker wie lautet mit dem Schädigen immer und mit dem Aussie alle liebe Leute Prozent Prozent wo es ist ein bisschen abwarten und gut Tirol Warte wartet es kann nicht besser Blattdruck Warte Hausverkauf Was hat das denn für'n Scheißding? Das war ja gar nix. Ich war besser. Oh nein, ich hab' den Scheiß Radio an. Ich hab's auch noch an gehabt. Oh, da steht ein Schild. Nein, 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 nein. Warte, 5 ist die Taste, oder? Ja, mit 5 geht's aus. Warte, ich muss jetzt in meinen schönen Beitrag reinsteigen. Äh, Junge, du musst sowieso den Düngerstreuerhund nehmen. Ja, ich hol's erstmal die neue Ziermaschine ab, oder? Nee, die hol' ich. Okay, ja, ich muss... Ja, okay, da fahr' ich auch den Fan noch da hin. Ja, ja. Kriegst du das hin? Ja. Ja. Hallo, na klar, wo du bist denn? Weißt du, ich will dich ja nicht überlassen, weißt du? Na klar. Hast du dich zum Beispiel schon sauber gemacht? Die ist blitzeblank. Na klar, aber was hast du mir da angestellt, oder? Die ist blitzeblank. Der Traktor. Blitzeblank. Na klar. Ja. Ich hab' dir gewaschen unterwegs. Ja, klar. Hast immer so Gartenschlauch dabei. Ja, ja, auf jeden Fall. Weißt du? Immer. Ich muss dich beeilen. Um 10 Uhr haben wir ausgemacht mit Herr Meier. Das hat er gar nicht gern, wenn du kommst. Immer zu spät, weißt du? Ja, 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 ja. Das hat schon gute Erfahrungen gemacht. Ah, 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 ah. Ja, blitzeblank, das sieht man. Muss ich die Saatmaschine versorgen? Nein. Ach, komm, 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 komm. Ach, komm, komm. Mutter anrund und umläuft, ist aufs Alldeck, komm. Ähm, geht das schon wieder mit abhängen. Ach so, cool. Ach so, cool. Äh, zu zocken, dann hast man erst Y, dann cool. Nee, 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 nee. Gut. Ach, komm, 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 komm. Ach, komm, 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 komm. Ach, komm, 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 komm. Ach, komm, 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 komm. Boah, ist schon wieder eine Angewöhnung. Ich hab sie doch zwei Folgen lang auf 900 Grad gehabt. Das stimmt. Deshalb ist es schon wieder eine Angewöhnung auf 400 Grad zu haben. Oh, der Gras nur. nur der Schatz ich hab's einig Blick ran und rum hab ich und überholen war hab ich nein überholen war da war wohl ein Schein oh Gott so eine Bumpe boah war das knapp der wo die Farbprüfung macht hat auch auf jeden Fall weißt du der hat mal bei Leute hihihi reinziehen ah oh Tor ich bin um 10 Uhr auf dem Gelände passt doch oder? ja da passt oh Junge hat gelegt hat gelegt hat gelegt so äh Motor aus ja ich hab ihn in den Tranktor da reingestellt ja dann bekommen wir den wieder 14 Uhr jetzt auch früher so 13 12 Uhr ja ok so also 13 Uhr ok ich hab ich ey nimm ich mit nimm ich mit nein kannst du glaub ich nicht mein B-Truck mein B-Truck hat kein äh B-Files-Crypt ok was machst du denn eigentlich so Dave hihihi hihihi warte dann häng ich an ahhh du weißt schon dass du Ruhplätze dran musst gell ja auf jeden Fall hihihi ich musste ja noch die äh Saatgut rein kippen was schon ich bin voll realistisch weißt du hättest du was auch ohne die Tür offen gell oh die hihihi mein was sagst du weißt du ich hab die erst gerade aufgemacht hihihi oh man ich wusste nicht die Außen und Sicht und siehst du alles die Erwanderung hihihi hihihi äh ja knapp die Schlaufe unternehmen wenn jetzt weil ich eine draufsteht ist noch locker oder nö äh äh pass auch ja junger du hast kein äh Dünger gekauft oder wie soll das das ist Dünger du wo ist denn das Saatgut das schafft er nicht oh man warte ähm irgendwie haben wir jetzt den Salat das ist Saatgut Junge oh man Jo hab's auch dazu gemerkt äh brauchen wir noch Dünger für die Zimmer Schnurtern nicht ja die kann Dünger ok Kante Dünger du bist auch in deutsch ja ja das hat sich die ganze Zimmer wie verrückt irgendwie geht das nicht ach man du Bob Walter die ist schon voll die ist schon voll ich kann mir jetzt nicht anschauen die ist schon voll die man du bist auch schon längst voll also der Sack hat sicherlich kein Loch musst du mir nicht sagen oh wie bekomme ich jetzt die Saatgut ah ist kein Thema das glaub ich ja das glaub ich dass du schon voll bist Junge ich hab gar keine Tür auf dem gehabt was hast du mir denn gesagt oh man so ein Feinde ich weiß doch das darf man nicht mit Tür auf dem Fahren ja du Junge sonst geht die Tür noch kaputt gut ja das muss du auf so einen Scheiß achten würdest ganz ehrlich ja auf jeden Fall und jetzt das Klöpfchen r drücken und 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 das Klöpfchen r drücken ja jetzt du kannst du mal die Tür offen gell häh du die Tür offen du Bob alter wartet mal kurz wartet mal kurz wartet mal kurz der schweizer alter was passt du schweizer am besten nicht fragen das ist ein schweizer nur durch die tür offen du kevin heute bin ich wieder da leute so ja ich hab sie kurz aufgemacht jetzt gerade stoß lüften ja er hat nachtdienst hinter sich der mp-truck der schon die auch der mutter sonne wie viele stunden hat der mp-truck schon drauf 1,8 1,9 ja aber ist der john der mp mit vollbelastung gefahren kommt der ja mit dem fliegen schon ja da aber sonst eigentlich nicht ja den traktor hab ich nur zum fliegen die ganze zeit benutzt willst du ansehen gehen mit dem schönen mp-truck 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 ist es egal äh welches feld wir nehmen gerade das feld 11 kommst du mit der dünger um mp-truck ich komme nun war es auch so und da ist was passiert was passiert wenn du siehst du nicht schlüftigen und es wird gut ich glaube es ist gut dass gegen gemeldet ist gerade an dieser Köln ja schon dringend das ist wirklich gut dringend so ist es kommt ein Torwart über Feldwege brauchen war noch keine 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 Blinker also kein Thema Kronen ich muss ja schon wieder warten auf die das stimmt wir haben 800 Euro nein weißt du hab ich nicht gesehen du kannst du auch die ganze Zeit das Geld aus du kannst auch das ganze Geld aus du weißt es sicherlich mal gucken wo ist der Spacken auf der Karte hab ich das laut gesagt wir brauchen die noch so oft uns und ziemlich fast so ein Channel wo drauf steht Oberspacken ach so dann kickst du dann kickst du dich da hin super mal du ich denke dass du anders oder nie wieder rauskommst oh man langsam bekommst du krampf vom sitzen vom nichts tun oder was innen ja schau dass du dann in den mp-tag rein machst und mal anfängst zu sehen ja jetzt kann ich anfangen ja warum ich bin hier schon eine halbe Stunde hier schon am Feld ja wo ist der hier klar ja Tür zu na genau machen wir die Tür zu Motor an Saatmaschine ausklappen ja und nicht wieder zusammenklappen äh äh wir haben gesagt wir wollen Mais ja ja oh man mit 6 Meter bin ich ja da noch haben hoffentlich ge... oh ich sollte es doch wissen von der Hofgarten ach was düngst du mich voll hab die ganze Scheiben offen das hat bei uns bei der Schuhe mal passiert wir haben die Scheiben offen der Kauf aus und tragt man halt neben uns am Feld gedüngt und da ist es ich bin ich bin oh bringt mir da was mit GPS nein doch alles schon fährst du mit GPS nein jetzt nicht aber vor allem beim Fliegen hab ich mit GPS gefahren der King braucht kein GPS ja das haben wir noch so auf was überall GPS deswegen fährst du es auch weißt du wenn ich so all fahren dass wir kein GPS go fahren gell ja wenn wenn ja 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 es ist auf jeden Fall praktischer die wird gut und kund ja es sind dann wie er ohne GPS Pferde ja wer ist eine Lücke die mach ich noch weg und klare gut Felt sollte eigentlich der Lerngesiede eigentlich der Schweizer Feld dann dauert es eh zwei Stunden ich dachte es geht sich aus Leute, immer noch Feedback abgeben vom G920. Hammer. Wenn wollt ihr ein Lenkrad G920, empfehle ich euch. Ich weiß nicht, wie ist das G920? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, das G920 ist Hammer. Das G27 habe ich ja zuvor gehabt, das ist auch mega, mega nice. Das G920 und das G29, das finde ich den Fehler dran, dass man keinen Schaltknauf damit hat und wenn man den Schaltknauf vom G27 dran macht, dann spinnt der rum. Dann wenn machst du den ersten Gangrinne, dann bist du im dritten Gang. Wenn machst du den dritten Gangrinne, dann bist du im sechsten Gang. Also nicht nice. Das hätten sie sollen noch reinnehmen. Die Mauer war... Oh, 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 oh. Die Mauer. Auf der Mauer, in der Lauer. Ich denke wohl nicht, das kann ich die Straße ansehen. Geht glaubt nicht. Ich wollte es probieren, weißt du? Was? Auf der Mauer, in der Lauer. Welche Mauer hast du schon wieder so einen Kuss gegeben, weißt du? Ja, die beim Hof. Weißt du? Die ist neu geziegelt, weißt du? Deswegen wusste ich der Romhaus, in der Lauer, in der Lauer, in der Lauer. Da hab ich auch sein. Da geht das Ich hab dich immer wieder Bock auf der Hofbergmann zu spielen. Auf jeden Fall. Ich hab dich wieder gebracht, die Hofbergmann zu spielen. Und für mich hättest du die Hofbergmann nicht mehr gezauft. Äh, weil mein Kopf juckt gerade. Äh. Ja, okay. Ja, das stimmt sogar. Das da muss ich immer außer sollst du mal recht geben. Und dann gebe ich jetzt auch zehn Projekte. Äh, du musst, äh, auf jeden Fall die App-Store-Verheide-V2 dazu rechnen. Ja, die nehme ich ganz sicher nicht auf. Ey, da ist Oldtimer, da musst du. Ja, da komme ich höchstens, aber ich nehme das ganz sicher nicht auf. Bist du sicher? Äh, ja. Bist du sicher? Ja. Bist du sicher? Ja. Bist du sicher? Ja. Oder ich, oder ich habe ein Projekt auf. Meist mir golden. Ja, ja. Nö, kannst du dabei da raufnehmen. Was interessiert dich da? Ja, jetzt ist das wieder da, das Stören. Schon wieder? Ja. Sicher? Ja. Oh nein. Na, ist aber auch egal, weil diese Folge ist vorbei. Nice. Super. Also, der Check-Gamer ist bei mir in der Videobeschreibung ganz oben verlinkt und wir sehen uns beim nächsten Mal, habt's ein Like-ZA. Natürlich im verkehrten Sinn, natürlich auch. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein, ciao. Tschüüü...